Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen am Donnerstag, dem mittlerweile schon 1.12.2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1280. Denkt heute dran, wenn ihr einen, wie heissen die Dinger nochmals, Adventsdingsbummens da besitzt, der so Törchen hat, heute dürft ihr das erste öffnen. Meine Tochter, die freuen sich schon drauf. Heute kommt Google, Datenpanne, Polizei, Podcast, Session, Twitter Blue, Apple M2, iOS Update und Anton mit ins Gespräch. Und ich würde jetzt sagen, es geht nicht um den aus dem Tirol, aber dazu nachher gleich mehr. Google Stadia wird nächstens die Tore schliessen. Im Januar ist es ja schon weit. Mein Gott, die Zeit rennt, das ist unglaublich. Mitte Januar ist es dann endlich soweit oder leider soweit. Das kann man sehen, wie man möchte. Google hat auch schon fleissig Gelder zurücküberwiesen für diejenigen, die für Spiele und andere Geschichten, In-Up, Purchases etc. Geld ausgegeben haben. Mein Mail habe ich auch bekommen. Null Franken. Dankeschön, Google. Nun kommt es weiter. Es gibt nämlich Rückerstattung für die Hardware. Das soll in den nächsten zwei Wochen abgewickelt werden. Hast du schon eine Mail bekommen? Wenn ja, lass es mich doch bitte wissen. Ich bin gespannt darauf, wenn mein Mail da eintrifft. Genau. Weiter geht es mit Facebook. Und die dürfen auch blächen. Nicht für Hardware, die sie ausgespielt haben oder für Spiele. Nee, für Datenpannen. Die gibt es ja bei Facebook regelmässig. Wir hatten schon Jahre, da gab es keine Woche, die nicht ohne irgendeine gröbere Panne bei Facebook passiert ist. Und wie ist es so schön? Es gibt da halt auch Regeln und wer dagegen verstösst, der muss blächen. Zum Beispiel gegen die DSGVO. Neu wurde Google, Google, genau, Facebook, wegen der Datenpanne im letzten Jahr, wo 533 Millionen Nutzer, deren Daten abhand gekommen sind, rausgefischt worden sind, also nicht gefischt, sondern geklaut, Telefonnummer, vollständige Namen, Ortsinformationen, Geburtstage, E-Mail-Adresse und alles Mögliche und dann im Netz verkauft wurden. Dafür darf jetzt Facebook der irischen DCPDPC, Data Projection Commission, 265 Millionen Euro blächen. Das ist ein bisschen weniger, als was erst gerade rausgekommen ist. Nämlich im, war es September circa, wurde Facebook schon wegen Instagram Verstössen auf 405 Millionen Euro verbrummt. Und das wird sicherlich nicht die letzte gewesen sein. Wenn man gerade bedenkt, wo habe ich denn die News jetzt bekommen? Mehrere Leute haben mir es nämlich zugeschickt, unter anderem auch der liebe Marc. Was war das? Genau, WhatsApp-Millionen Schweizer Handynummern geleakt. Und das waren ja nicht nur Schweizer, sondern weltweit ganz viele. Aber eben anscheinend ein Grossteil der Schweizer WhatsApp-Nutzer, deren ihren Daten wurden geleakt. Facebook ist einfach sowas von am Ende. Schliess den Laden. Irgendwie. Ne, das schon nicht gerade. Aber bringt ihn wieder auf geraden Kurs. Dann möchte die Polizei in San Francisco in Notfällen bewaffnete Roboter einsetzen. Wer jetzt denkt, dass nächstens so ein Terminator durch die Stadt läuft, mit dem Gewehr drauf und wild rumverballert, nie, so ist es nicht. Aber der Roboter soll im Notfall auch Menschen erschießen können. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Im Jahre 2016 hat man es schon mal in Dallas probiert, wo man mit einem Roboter, der Sprengstoff drauf hatte. Und genau darum geht es. Blenderraketen, Sprengstoff und noch irgendetwas Wahres. Tränengas. Genau, sollen die Roboter ausgeben können, um eben Menschen daran zu hindern, weiterzumachen. Was war damals im Jahre 2016 in Dallas? Genau, ein Beamter hat oder es wurden aus dem Hinterhalt von bösen Menschen auf Beamte geschossen. Fünf davon wurden erschossen und dann hat man einen Roboter hingeschickt mit Sprengstoff und hat einmal kurz Wuff gemacht. Und ja, auch wenn ich das jetzt ein bisschen abschätzend sage, aber ich glaube in dem Falle nicht ganz verkehrt. Und Apple hat schon diverse Geschichten vergeben, zum Beispiel die Apps des Jahres, das hatten wir ja schon, die Top Charts, dann auch Apple Music Replay 2022. Ich habe drüben auf YouTube ein Video, das werde ich euch in den Shownotes noch verlinken, zum Thema Apple Music, weil es gerade passt. Aber Apple hat auch den Award im Bereich Podcasts vergeben. An wen den gegangen ist, das möchte ich euch jetzt hier nicht verraten. Die meisten von euch werden damit vielleicht auch nicht allzu viel anfangen können. Es ist eine amerikanische Podcast-Geschichte, aber wie gesagt, geht in die Shownotes auf daily.geekdog.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Da habt ihr dann den Link dazu mit weiteren Informationen. Ja, was haben wir noch? Neue Today at Apple Sessions und da freue ich mich persönlich darauf. Für Kinder ab 10 Jahren gibt es neu die Coding Lab for Kids. Das heisst, Kinder können ab dem Alter von 10 Jahren das erste Mal sich an App-Entwicklung wagen. Mit der App Playground werden sie daran geführt. Das Ganze startet im täglichen Rhythmus ab dem 5. Dezember in zahlreichen Apple Stores. Ich hoffe, dass in Zürich oder Basel sowas kommen wird und muss da mal schauen, dass ich mit meinen Mädels hingehen kann oder zumindest mit einer von beiden. Weiter geht es mit Twitter Blue und da gab es ja Ende der letzten Woche noch eine Verkündigung von Elon Musk. Er meinte, es gebe nicht nur einen Blue-Haken, also einen blauen Haken, sondern bald auch einen goldenen und grauen. Ein goldenen für Unternehmen, ein grauen für Behörden und der blaue ganz normal für Menschen. Nicht nur für People, Famous People, sondern auch für alle People, eben die, die bezahlen für das Ganze und auch verifiziert werden neu. Das wollte er ja alles neu aufstellen und hat auch gesagt, am 30. September kommt es dann. Jetzt ist es nicht mehr so und schuld ist Apple. Zweierlei Dinge sind daran schuld. Zum einen macht Apple keine Werbung mehr bei Twitter und hat sein Budget total zusammengeschrumpft. Wenn man bedenkt, dass Apple einer der grössten Geldgeber bei Werbung in Twitter drin war, dann ist es natürlich ziemlich heftig. Und zusätzlich will Apple natürlich, wenn man über Apps Abos abschliesst, auch seine 30% im ersten Jahr und dann die 15% nachher. Und jetzt stänkert der liebe Ilen rum und meint, Apple sei gegen Free Speech, weil sie zum einen keine Werbung mehr machen und zum anderen, weil sie eben Geld von ihm wollen. Böse, böse, böse. Weiter geht es mit dem Apple M2 Max. Er ist aufgetaucht. Ja, man hat vermutet, dass auf dieses Jahr noch die neuen Rechner kommen. Hat man nicht sogar gesagt, dass in diesem Jahr die Dinge noch kommen? Ich weiss es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die kommen, wie wir es alle vermuten, dann im Frühjahr auf den Markt. Und jetzt sind bei ersten Benchmark-Einträgen der M2-Prozessor aufgetaucht. Und was weiss man jetzt neu? Ja, nicht wie der Vorgänger, der M1 Max, werter 10 Kerne haben, sondern neu 12, zumindest in der Ausstattung, die im Benchmark mit drin war. Und nicht mehr 64 Giga RAM, sondern 96 Giga RAM. Ob das die kleinste oder mittlere oder was auch immer für eine Ausführung ist, weiss man natürlich nicht. Wir dürfen gespannt bleiben und wie immer, Gerüchte, Gerüchte, alles böse Gerüchte. Kein Gerücht ist iOS 16.1.2 und wahrscheinlich auch, nee, doch, für das iPad gibt es es noch nicht. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Mein zweiter iPhone installiert das gerade. Was bekommt ihr da? Vor allem Dinge fürs iPhone 14 und das iPhone 14 Pro. Da gibt es ein paar kleine Updates im Bereich der Unfallerkennung und solche Geschichten mit drin. Wie immer, Updates installieren du sollst. Und zu guter Letzt habe ich gute Neuigkeiten für Menschen unter euch, liebe Hörende, die Eltern sind und jüngere Kinder haben. Denn die Anton-App war bis anhin eigentlich für die grösseren Kinder, also ab 1. bis 6. Klasse und ich glaube auch ein bisschen weiter nach oben, wo man Möglichkeiten hatte zu lernen. Neu kann die App auch Vorschulinhalte und da bin ich sehr gespannt. Das werde ich mit meiner kleinsten Tochter gleich mal die nächsten Tage ein bisschen genauer anschauen. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Solltet ihr Rückmeldungen, Feedback etc. haben, freue ich mich auf eure Rückmeldung und sowieso freue ich mich auf die nächste Episode mit euch. Bis dann. Euch einen schönen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.